Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich spiele hier diesen Akkus One4Suite im Akkubetrieb. Gain auf knapp über 9 Uhr, komplette Klangregelung und Master auf 12 Uhr. Reverb ist noch aus. Ich gebe ein wenig Reverb hinzu auf 11 Uhr. Und ihr hört ich habe schon leichte Feedbacks. . 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 Ich reduziere Reverb auf 9 Uhr und gebe ein wenig Bässe hinzu. . . Bis zum nächsten Mal. So, das sind die Bässe wieder auf 12 Uhr. Okay, ich mache mal das Gain auf 10 Uhr. Reverb wieder auf 11 Uhr. Reverb auf 14 Uhr. So, das ist die Bässe wieder auf 11 Uhr. Reverb auf 10. So, das ist die Bässe wieder auf 11 Uhr. Und ihr hört beim Ausklingen, dass der Hochtöner so leicht britzelt. Aber beim eigentlichen Ton hört man nichts. So, das ist die Bässe wieder auf 11 Uhr. So, das war zu laut. Das ist die Bässe. So, das ist die Bässe. Ok, vielen Dank fürs Zuschauen. Meine Kleinanzeige vom Verkauf findet ihr auf eBay Kleinanzeigen im Link unter der Anzeige. Ciao!